Ein unbewaffneter ukrainischer Soldat zieht an seiner Zigarette. Dann wird er vor laufender Kamera erschossen. Mutmaßlich von russischen Soldaten. Bei Twitter, Telegram und anderen sozialen Medien ging das Video viral. In den Kommentaren wird einerseits die Grausamkeit der Tat thematisiert, andere User feiern die scheinbare Gelassenheit des Soldaten im Angesicht des Todes. Auch die ukrainische Regierung hat das Video aufgegriffen. Der ukrainische Präsident Zelensky würdigte den Soldaten als Helden. Und über Videos des Grauens möchte ich jetzt sprechen mit Stefan Weichert. Er ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Gründer des Instituts für digitale Resilienz. Guten Tag, Herr Weichert. Hallo, guten Tag. Wir haben das Bild gerade des sterbenden Soldaten verpixelt. Im Netz ist es unbearbeitet zu sehen und wird kontrovers diskutiert. Bis zu welchem Punkt sind solche Bilder für Sie ethisch vertretbar? Die sind so lange ethisch vertretbar, wie hier keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden, so lange wie hier keine verstümmelten Menschen oder Körperteile, zerfetzte Körper gezeigt werden, wo ich mir Sorgen machen müsste, dass wenn meine Kinder das sehen, die neun und zwölf Jahre alt sind, da nicht erhebliche Albträume bekommen würden. So lange ist das vertretbar, so lange es der Aufklärung dient. Wenn wir merken, das geht jetzt in Richtung Propaganda, da die Bilder werden sehr leicht instrumentalisiert, da würde ich dem gerne Grenzen setzen wollen. Da müssen solche Bilder natürlich verpixelt werden. Krieg ist brutal, Krieg ist grausam. Muss man die Grausamkeit denn auch nicht zeigen, wenn man die Realität abbilden will? Doch, ich finde zum Teil ja, weil für uns ist Krieg eine abstrakte Größe hier in Deutschland. Wir können uns wenig unter Krieg, zumindest die jüngere Generation, vorstellen. Deswegen muss man auch die Authentizität, die Brutalität des Krieges in irgendeiner Weise ja zeigen und auch transparent machen, was Krieg also wirklich für die Menschen vor Ort bedeutet. Aber es gibt eben so eine Grenze oder eine Schwelle, wo wir sozusagen moralische Hürden sehen, vor allem als Medienschaffende, als Leute, die diese Inhalte vertreiben, möglicherweise publizieren. Da haben wir natürlich eine berufsethische Regelung, die uns davon abhält, alles zu zeigen. Wir Journalisten merken immer wieder, das Interesse an Berichten aus der Ukraine, auch an solchen Bildern, ist bei den Zuschauern und Lesern riesengroß. Warum schauen sich denn Menschen freiwillig solche grausamen Bilder an? Na ja, Menschen sind natürlich sehr geneigt, visuelle Inhalte zu klicken, gerade im Internet, im Digitalen, aber auch im Fernsehen. Das ist eine Neugier, das ist auch so ein bisschen die Tracht nach dem Skandalösen, dem Aufgeregten, dem Sensationellen. Und als Medienschaffende haben wir immer die Verantwortung, inwieweit wir auch diesen niederen Reizen sozusagen nachkommen, inwieweit wir das auch bedienen wollen. Das heißt, da spielt sozusagen die Medienverantwortung eine sehr große Rolle, immer abzuwägen, was nutzt wirklich den Menschen, was klärt auf, was dient der journalistischen Faktizität, der Transparenz in Kriegen und wo ist diese Grenze überschritten. Sie sprachen gerade von den niederen Instinkten. Es gibt ja auch schon den Begriff Warporn, also Kriegspornografie. Finden Sie, der trifft zu? Ja, dieses sich sozusagen, wenn man das so sagen möchte, aufgeilen an diesen Kriegsbildern, das hat schon was Pornografisches. Der Reiz des Verbotenen liegt ja darin, sich sozusagen auch dessen zu erfreuen. Das spricht einen sehr, sehr niederen Instinkt im Menschen an. Und natürlich ist es genau das, vor dem wir uns selber so ein bisschen schützen müssen, dass es genau zu dem wird, zu einer Art von Pornografie in Kriegen, in Krisen. Also da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir da sozusagen die moralische Grenze eben nicht überschreiten. Jetzt haben Bilder von menschlichem Leid ja eine ungeheure Macht und führen auch zur Empörung in der Bevölkerung. Als noch nicht jeder einfach Fotos machen konnte, war das schwerer. Wäre ein Krieg wie der Zweite Weltkrieg und auch beispielsweise der Holocaust möglich gewesen, wenn es Bilder von den Schlachtfeldern und zum Beispiel aus den Konzentrationslagern damals schon auf sozialen Medien gegeben hätte? Was vermuten Sie denn da? Naja, wir befinden uns in einem Krieg der Propaganda. Das ist eine Schlacht, die auch über Bilder geführt wird. Wir merken das gerade in den gefälschten Bildern, in den Bildern, wo wir die Herkunft nicht klar benennen können, wo wir nicht wissen, sind das Fake News, ist das Desinformation, ist das manipuliert und sind das vielleicht auch gefälschte Ereignisse, die in einen anderen Kontext gestellt werden. Also deswegen ist die Parallele zu anderen Kriegen zu ziehen immer sehr schwierig. Was wäre also gewesen, wenn der Zweite Weltkrieg schon auch in diesem Bereich der digitalen Medien, der sozialen Medien geführt worden wäre? Aber mit Sicherheit ist zu sagen, dass natürlich auch im Dritten Reich diese Propaganda maßlos ausgenutzt worden wäre. Seitens der Deutschen, seitens Hitler hätte man sicherlich da Kanäle, Wege und Verbreitungsmöglichkeiten gefunden, um die Bevölkerung massenhaft zu täuschen und auch mit Propaganda-Bildern in die Irre zu führen. Also genauso wie es Putin jetzt eben gerade auch macht. Ja, nochmal zurück zu dem Krieg, dem aktuellen Krieg in der Ukraine. Jetzt sicher zum ersten Mal die Massaker in Butscha. Glauben Sie denn, dass wenn es diese Bilder nicht gegeben hätte, dass das Interesse an diesem Krieg im Westen geringer wäre? Ja, die Frage kann man natürlich eindeutig beantworten. Nein, der Aufschrei wäre natürlich niemals so groß gewesen, wenn es keine solche Berichterstattung und auch diese Bilder eben nicht gegeben hätte. Dafür sind eben auch diese Bilder wichtig, was Sie eben schon fragten, wollen wir und sollen wir das zeigen? Ja, natürlich in Maßen, in Grenzen eben schon. Denn diese Bilder dienen uns eben auch dazu, das Schrecken dieses Krieges wirklich vor Augen zu führen und zu merken, da ist Handlungsbedarf geboten, dringend erforderlich. Wir müssen da intervenieren, eben auch als deutsche Regierung, als Bundesregierung, als EU. Also ohne diese Bilder hätte es diese Mobilisierung wahrscheinlich in der deutschen Bevölkerung nicht in dieser Weise gegeben. Sie haben schon davon gesprochen, dass Bilder wie die aus Butscha oder auch andere grausame Bilder als Propaganda oder zu Propagandazwecken eingesetzt werden können. Wie kann man das denn verhindern? Es ist schwer. Es ist schwer im Zeitalter der Digitalisierung und der Fälschungsmöglichkeiten, der Manipulationsversuche überhaupt irgendetwas einzudämmen, zu steuern. Sie müssen sich vorstellen, da werden ja unendlich viele Ressourcen auch seitens der Militärstrategen reingesteckt, um genau das zu erreichen. Also Militärstrategen, die sozusagen nur im Netz unterwegs sind und versuchen, eben dort durch gefälschtes Material die Bevölkerung zu manipulieren. Also das Verhindern ist schwierig. Da sind uns Grenzen gesetzt. Ich bin immer dafür, guten Qualitätsjournalismus zu fördern. Also auch das, was die Deutsche Welle jetzt beispielsweise im Ausland macht, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige, tragende Säule in Kriegszeiten, um dieser Propaganda entgegenzuwirken. Wir müssen immer als Journalisten auch in eigener Sache erklären, was wir für eine Arbeit machen. Wir müssen für Transparenz sorgen und eben dafür trommeln, dass wir das Vertrauen der Menschen genießen und eben auch aufklären darüber, wie man Desinformationen, Fake News erkennen und enttarnen kann. Jetzt sind viele Bilder ja auch handfeste Beweise, zum Beispiel bei Kriegsverbrecherprozessen. Da kann man das ja als Beweismittel gut nutzen. Wie kann man denn unterscheiden, was echt und was gefälscht ist? Ja, das wird ja immer schwieriger. Wir reden ja seit Monaten jetzt hier über künstliche Intelligenz, also generative AI-Programme, die so täuschend echte Texte oder Bilder liefern auf Knopfdruck, wie es Jahre zuvor noch nicht möglich gewesen ist. Und zum Glück gibt es da jetzt inzwischen wieder neue Software, die auch solche Fälschungen enttarnen kann, die auch leicht zu bedienen ist. Aber das dauert eben seine Zeit, bis sich so etwas durchsetzt. Wir in den Medien können eigentlich nur daran appellieren, genauer hinzuschauen, Informationen doppelt und dreifach zu prüfen, Plausibilitätstests zu machen. Also kann das wirklich sein an dieser Stelle? Zum Glück gibt es Redaktionen, die sich darauf spezialisieren, auf diese Enttarnung von Desinformationen, die auch so eine Art Medienkompetenz, digitale Medienkompetenz vermitteln, schon in Schulen und an Bürgerinnen und Bürger adressieren und ihnen dabei helfen, solche Tools einzusetzen, mit denen auch normale Menschen das erlernen können. Jetzt haben wir schon die KI angesprochen. Seit es solche Sachen gibt, sind denn die Menschen misstrauischer geworden gegenüber Inhalten, die sie sehen? Also früher haben die Menschen ja der Tagesschau geglaubt, was sie da gesehen haben. Ist das Misstrauen größer geworden, weil man eben weiß, dass es so etwas wie künstliche Intelligenz gibt? Ja, eindeutig. Man merkt, dass das Misstrauen in der gesamten, und zwar nicht nur in der deutschen Bevölkerung, sondern auch europaweit extrem gefallen ist. Also das Vertrauen in Medien generell, das Vertrauen aber auch in journalistische Medien leider. Und natürlich ist ein gigantisches Misstrauen gegenüber allem, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Wir haben ja gerade dieser Tage erfahren, dass die künstliche Intelligenz auch Falschbehauptungen, Verschwörungstheorien verbreiten kann, ohne diese selber zu hinterfragen. Es ist nun mal eine künstliche Intelligenz und keine menschliche Intelligenz. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Monaten einen Kampf der künstlichen Intelligenzen sozusagen erleben, eine weitere Durchdringung des Informationsalltags mit solcherlei Informationen, die für normale, normalsterbliche Menschen nur schwer zu überprüfen sind. Und deswegen ist es verständlich, dass dieses Misstrauen steigt. Umso wichtiger ist eben die journalistische Arbeit, die wir leisten, Fakten zu prüfen und eben dafür auch Aufklärung zu betreiben, was Propaganda und Missbrauch von Informationen bedeutet. Was künstliche Intelligenz ja nicht ersetzen kann, sind Gefühle. Die Bilder aus der Ukraine lassen ja auch keinen kalt. Was kann man denn dagegen tun, dass sie kein Trauma auslösen? Ja, wir beschäftigen uns hier am Institut sehr stark mit dem Fachbegriff der Resilienz, und zwar im Zusammenhang mit Digitalisierung und Medien. Wir haben festgestellt in unserer letzten Studie, einer Repräsentativstudie in der deutschen Bevölkerung, dass viele Menschen sich abkoppeln von den Medien ganz generell, weil es einfach zu viel ist. Die Gefahr ist groß, dass man in den Burnout läuft, den News-Burnout sozusagen, und man sich komplett vom Nachrichtengeschehen abkoppelt. Um das zu verhindern, ist es ganz wichtig, dass man regelmäßig auch Medienpausen einplant, also so Auszeiten nimmt, sich auch mal nicht mit dem Mediengeschehen zu beschäftigen. Wir halten vor allem soziale Medien für gefährlich, weil das niemals endet. Also dieser Feed, wo ich immer runterscrolle, immer weiterscrolle, das sogenannte Doom-Scrolling, das nimmt kein Ende. Und da muss ich sehr aufpassen, sozusagen in meiner Psyche, in meiner kognitiven Verarbeitung, dass mir sozusagen als Nutzen das nicht schadet und mich psychisch angreift. Und dafür sind eben einige gesundheitliche Schutzvorkehrungen nötig und eine, ja, wie soll ich sagen, ein gutes Maß, eine Balance zu finden zwischen Off- und Online-Mediennutzung, ist ganz, ganz wichtig. Wen treffen denn die Bilder am härtesten? Kann man das so ungefähr definieren? Junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer? Nein, also die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, das geht quer durch alle Altersklassen, alle sozialen Schichten, alle, also männlich, weiblich, ist völlig egal. Das betrifft uns alle sehr. Es hat vielleicht so ein bisschen was mit der Persönlichkeitsstruktur jedes Einzelnen zu tun, der eigenen Vorerfahrung, mit Krisen, die man selber schon mal erlebt hat, oder mit Kriegen oder Kriegsgeschehen. Wenn ich da vielleicht etwas mehr schon erlebt habe in meinem Leben, bin ich etwas abgehärteter, wenn man so will, etwas resilienter. Aber es gibt natürlich unzählige Menschen, die noch nie mit Krisen und Kriegen in Berührung gekommen sind. Und deswegen ist es auch ganz natürlich und normal, dass uns das emotional so stark mitnimmt und sozusagen auch verstimmen kann, depressiv machen kann. Und das geht durch alle Altersschichten. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Vielleicht sind sogar Jüngere noch mehr betroffen, weil die natürlich viel länger sozusagen an den digitalen Medien hängen, am Smartphone hängen und vor dem Bildschirm sitzen, als es die Älteren tun, die ja noch analoge Medien kennengelernt haben und deswegen wissen auch, was es bedeutet, mal eine Auszeit zu nehmen. Jetzt gibt es ja auch einige ältere Menschen, die den Zweiten Weltkrieg in Deutschland noch miterlebt haben. Wie kommen denn bei denen die Bilder aus Butscha oder aus der Ukraine an? Werden da noch mal ganz spezielle Sachen getriggert? Ja, also das führt bei vielen älteren Personen, mit denen ich selber auch gesprochen habe, zu einer Art von Retraumatisierung. Man kennt um die Schrecken und Leiden des Krieges. Man hat sich ja gewünscht im Nachkriegsdeutschland, dass so etwas niemals wieder hoffentlich passieren wird. Jetzt ist der Krieg sehr nah an uns dran. Und natürlich sind die, die den Krieg erfahren haben oder durch ihre Eltern noch sehr nah erfahren haben, alarmiert. Die sind in Angst und Schrecken versetzt teilweise. Und es führt also wirklich zu einer Retraumatisierung dieser Kriegserlebnisse, die man von damals noch erinnert. Und deswegen ist auch der Wunsch groß, gerade in dieser Altersgruppe sehr schnell zu einer friedlichen Lösung zu finden und diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Letzte Frage. Wie gehen Sie denn ganz persönlich mit grausamen Bildern um? Was tun Sie, um dass Ihnen diese Bilder nicht zu nahe gehen? Es gibt viele Bilder, die, wenn man sie einmal gesehen hat, die man nicht so schnell vergisst. Und ich versuche, mir solche Bilder, wenn es irgendwie geht, nicht anzuschauen, obwohl ich es aus professionellen Gründen ja schon immer mal wieder tun muss oder tun musste. Ich glaube, dieses, ja, so eine innerliche Distanz zu entwickeln, auch eine emotionale Distanz zu diesen Bildergeschehen, was uns tagtäglich erreicht, ist unglaublich wichtig. Und auch ich versuche, eine gewisse Distanz zu finden. Ich habe Momente, wenn ich die Tagesschau gucke, auch mal wegzuschauen, weil ich es mir eben nicht anschauen möchte, ganz direkt das Kriegsleiden. Aber ich weiß eben, dass es seine Berechtigung hat und auch eine Wichtigkeit, in den Nachrichten vorzukommen. Stefan Weichert, Medienexperte und Gründer des Instituts für digitale Resilienz. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.